Wir begrüßen Sie in unserem Mosel Romantik Hotel Weißmühle. Erleben Sie entspannt das Ferienland Kochrem. Unser idyllisch gelegenes Wellnesshotel an der Mosel bietet alles für eine rundum erholsame Auszeit. Komfortabel eingerichtete, saubere Zimmer, zuvorkommendes Service und eine angenehme Atmosphäre lassen den Alltagsstress vergessen. Gerne stellen wir unsere Räumlichkeiten für private Feiern oder Tagungen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Planung und Organisation. Unser Mosel Romantik Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die reizvolle Mosellandschaft mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Entdecken Sie unsere attraktiven Arrangements. Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt in unserer romantischen Idylle.